Wen würdet ihr bei der nächsten Landtagswahl in Hessen wählen? Das gucken wir uns heute speziell auf meine Aussagen bei mir an, bei den 38 Fragen, die jetzt im Wahl-O-Mat veröffentlicht wurden, wie die einzelnen Parteien darauf reagieren. Und einige von euch werden garantiert jetzt auch in den Kommentaren direkt schreiben, ich brauche dafür keine Wahl-O-Maten, ich weiß das schon vorher. Ein ganz wichtiger Punkt auf Bundestagsebene kann ich euch dein-wahl.de immer empfehlen. Der basiert nämlich darauf, wie haben die Parteien sich nämlich geäußert und wie haben sie denn in den Abstimmungen der letzten Legislaturperiode, 2017 bis 2021, abgestimmt. Und darauf basierend ist das nochmal viel, viel besser, weil wir wissen es ja, einige Parteien sprechen ja vor der Wahl so und nach der Wahl doch etwas anders. Aber bevor wir den Wahl-O-Maten jetzt machen, als ganz wichtiger Hinweis meiner Meinung nach, überlegt euch, welche Partei hat mit ihren Äußerungen auf Landes- und auf Bundesebene für euren Geschmack, für euer Bedürfnis am besten die Lösungen vorgestellt. Wie haben verschiedene Abgeordnete von euch im Landtag am besten abgestimmt? Wie haben die sich über die letzte Zeit verhalten? Sind Versprechen, die gemacht wurden, umgesetzt worden? Haben sie sich engagiert, auch im Wahlkreis? Das sind Überlegungen, die ihr vornehmen müsst. Und daran sollte man entscheiden. Nicht schlussendlich das, was jetzt hier beim Wahl-O-Mat rauskommen wird. Also nicht lang schnacken, sondern direkt mal loslegen. Hier sind nämlich, wie gesagt, 38 Fragen. Jugendliche sollen bei Landtagswahlen ab 16 wählen dürfen. Und definitiv Nein von meiner Seite aus. Ich werde nicht alle Fragen so komplett ausführlich jetzt auch kommentieren. Hessen soll sich für den Abzug der im Land stationierten US-Streitkräfte einsetzen. Definitiv. Eltern sollen sich weiterhin an den Kosten für das Schulessen beteiligen müssen. Da muss ich schon ein bisschen mehr nachdenken. Gibt es hin, für und wieder? Nö. Die Steuernahmen in Deutschland sind so hoch. Warum sollen wir dann auch noch zusätzlich, wenn man Kinder hat, dafür zahlen? Das Nachtflugverbot am Frankfurter Flughafen soll ausgeweitet werden. Absolut nicht. Die Kohlekraftwerke in Hessen sollen auch nach 2038 weiter betrieben werden. Ja, definitiv. Ich würde hier aber den Zusatz für Atomkraftwerke wieder hochfahren, auch gerne sehen und Neubauten. Das Land Hessen soll ausreisepflichtige Ausländer konsequent abschieben. Dass das eine Frage sein muss. Hessen soll nur noch ökologische Landwirtschaft fördern. Nein. Das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen soll aufgelöst werden. Ist das da die Unterdependence vom Haldenwagen? Ja, dann würde ich jetzt sagen, ja. Hessen soll die Begrenzung der Neuverschuldung, Klammern, Schuldenbremse einhalten. Dass man so etwas zur Abstimmung bringt, dass da beispielsweise, ich tippe mal ganz klar drauf, dass die Grünen sagen werden, Schuldenbremse einhalten? Nee, nee, das brauchen wir doch nicht. Das letzte Kita-Jahr vor der Einschuldung soll in Hessen für alle Kinder verpflichtend sein. Nein, boah, weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Es soll weitere Medizinstudienplätze für Menschen geben, die sich verpflichten, später als Arzt auf dem Land zu arbeiten. Oh, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Da gibt es auch einige für und wieder, um die Leute natürlich auf den ländlichen Bereich wiederzubekommen und zu verteilen. Andererseits den Leuten das so aufzuzwingen, so in dieses Arzt-Ding reinzukommen, schwierig, ganz schwierig. Neutral bin ich da aber auch nicht. Ich stimme nicht zu. Empfängern von Bürgergeld sollen Leistungen kürzt werden, wenn sie Jobangebote ablehnen. Definitiv, obwohl da werden auch wieder einige in der Diskussion aufkommen. Ja, aber wenn die dann irgendeinen Schrottjob angeboten bekommen und so weiter. Und das kann ich verstehen, das ist schon richtig, aber irgendwo muss man da auch eine Grenze ziehen. Und es muss ja von mir aus nicht heißen, wenn wir nochmal zurückgehen, dass dann Leistungen in Euro gekürzt wird, sondern dass man auf Wertmarken übergeht. Das wäre doch in Ordnung, oder? Aber das wird auch vielen nicht gefallen. Ich weiß, ich kenne euch, ihr seid kritisch und das ist auch gut so. Beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur soll die Schiene vorrangvoller Straße ab. Nee. Betriebe in Hessen, die nicht ausbilden, sollen eine Abgabe zahlen müssen. Das ist auch eine Frechheit. Jetzt kommt ein Betrieb, der startet gerade ein Start-up mit ein paar Mitarbeitern. Jetzt kriegen die als Auflage auszubilden, haben gar nicht die Kapazitäten dafür. Ergo, die werden gar nicht erst anfangen. Der Wolfsbestand in Hessen soll begrenzt werden. Kann ich nichts zu sagen. Weiß ich nicht. Ja, neutral bin ich da eigentlich nicht. Ich überspringe mal lieber. Genau, überspringen ist der bessere Punkt. Im hessischen Schulen sollen sprachliche Formen genutzt werden, die neben männlichen und weiblichen auch weitere Geschlechter abbilden. Nein. Die 5%-Hürde für den Einzug in den hessischen Landtag soll beibehalten werden. Oh, da machen wir was ganz Kontroverses. Da sage ich mal nein. Sozialwohnungen sollen vorrangig an Deutsche vergeben werden. Ja. Bei allen neuen Windkraftanlagen in Hessen sollen Bürger Anteile erwerben können. Bürger Windparks. Wer da investieren will? Ich stimme mal zu. Aber da gibt es garantiert auch das eine oder andere Kontra. Das mehrgliedrige Schulsystem, Hauptschul, Realschul, Gymnasium, soll erhalten bleiben. Definitiv. Man hat ja schon in anderen Bereichen gesehen, wie es mit Gesamtschulen und überhaupt dieser Zusammenführung von Schulen nicht funktioniert. Die hessische Polizei soll mehr Befugnisse zur Verfolgung von Hasskriminalität im Internet erhalten. Nein, haben sie doch so schon. Die Gesetzeslage ist doch klar. Pflegende Angehörige sollen vom Land einen Zuschuss zum Pflegegeld erhalten. Da bin ich nicht genug im Thema, das muss ich überschringen. Für jede neu bebaute Fläche soll eine gleich große Fläche begrünt werden müssen. An den Hochschulen des Landes soll weiterhin zu militärischen Zwecken geforscht werden dürfen. Ja. An Hessens Schulen soll vorrangig das traditionelle Familienbild vermittelt werden. Ja. Das Land soll einen Höchstsatz für die von den Kommunen erhobene Grundsteuer festlegen. Das Land soll einen Höchstsatz für die von den Kommunen erhobene Grundsteuer festlegen. Einen Höchstsatz? Habe ich noch nie in dem Zusammenhang gehört. Wusste ich gar nicht, dass das diskutiert wird. Äh, definitiv. Aber die Frage ist halt, wie hoch soll der dann sein? Das Land Hessen soll Projekte zur Bekämpfung des Rechtsextremismus verstärkt fördern. Nein, das ist Unsinn. Für Führungspositionen von landeseigenen Betrieben soll es eine verbindliche Frauenquote geben. Also die Frauen, die ich in sehr guten Führungspositionen und so weiter kennengelernt habe, die verwehren sich vor sowas. Die möchten es durch eigenen Erfolg schaffen und nicht durch Quote, wie das bei verschiedenen Parteien der Fall ist, dass man so auf die Liste kommt. Für die industrielle Nutzung von Grund- und Flusswasser soll wieder eine Abgabe eingeführt werden. Nein. Bei hohen Mietschulden sollen Zwangsräumungen weiterhin zulässig sein. Natürlich. Die Parteien sollen ihre Listen zur Landtagswahl in Hessen abwechselnd mit Männern und Frauen besetzen müssen. Nein, natürlich nicht. Schwachsinn. Alle Schüler, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, sollen erst nachdem ausreichende Deutschkenntnisse festgestellt werden, in den Regelunterricht übernommen werden. Sitzblockaden auf Straßen sollen weiterhin strafrechtlich verfolgt werden können. Wurden sie das bislang? Ja, wäre mal gut, wenn damit angefangen wird. Die Hürden für Volksentscheide in Hessen sollen gesenkt werden. Ja, aber wird nicht passieren. Das Verbot öffentlicher Tanzveranstaltungen am Karfreitag, dem Volkstrauertag und Toten Sonntag soll beibehalten werden. Nein, Schwachsinn. Der öffentliche Personennahverkehr in Hessen soll für alle entgeltfrei sein. Ja, wenn dann Benzin auch entgeltfrei ist für alle Hessen. Das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen soll die NSU-Akten vollständig der Öffentlichkeit zuständig machen. Absolut, ist sowieso ein Unding. In Hessen soll es mehr verkaufsoffene Sonntage geben. Ja, warum nicht? So, und das waren sie auch schon. Das waren auch schon die Fragen. Das Ganze könnten wir natürlich jetzt noch gewichten. Das brauchen wir an der Stelle nicht. Wenn das jetzt für mich hier ein NRW wäre, könnte ich bestimmt auch zu den einzelnen Punkten noch ein bisschen was mehr sagen und ein bisschen mehr einbringen. Aber wir gucken uns jetzt mal hier an Auswahl der Parteien. Man hat natürlich hier so die üblichen großen Parteien, die 2018 in den Landtag gewählt wurden. Das ist CDU, Grüne, Hessen, AfD, FDP und Die Linke. Aber daneben gibt es natürlich auch noch andere Parteien, wie hier zum Beispiel die Freien Wähler. Mittlerweile durch Aiwanger sehr, sehr groß publik geworden, ja jetzt deutschlandweit. So, dass ich mir vorstellen kann, dass die auch ein paar Prozente holen werden. Die werden aber nicht über die 5%-Hürde kommen, das glaube ich nicht. Die Partei, ja, also, ja, Piratenpartei gibt es sogar auch noch interessant. Was ist das denn? Die Pogo-Anerchisten, habe ich noch nie gehört. Die Basis ist auch noch hier vertreten. Wir nehmen einfach mal alle Parteien mit rein. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommen wird. Trommelwirbel, da. So, und da sehen wir dann das Ergebnis. Da ist die Alternative für Deutschland bei mir auf Platz 1 mit 84,7%. Danach die ABG, die sagt mir, ehrlich gesagt, nix, Aktion Bürger für Gerechtigkeit. Die ABG wurde 2020 gegründet. Die Partei sieht nach eigenen Angaben für eine Politik des Friedens, der sozialen Gerechtigkeit und des Fortschritts und so weiter. Okay, die neue Mitte, da kommt schon die Basis bei mir. Das überrascht mich wirklich sehr, weil ich bin bei zahlreichen Sachen nicht einer Meinung mit der Basis. Und dann kommt die FDP und dann die CDU noch mit 61%. Dann erst die Freien Wähler, auch interessant. Und wir sehen, viertletzte Partei sind die Grünen und zweitletzte Partei, die linke Tierschutzpartei, die allerletzte bei mir. Interessant dazu ist aber auch nochmal der Parteienvergleich. Das ist auch nochmal dann ganz interessant. Hier schmeiße ich mal die ABG raus. Meine geliebten Grünen natürlich. Und auf der anderen Seite beispielsweise machen wir doch mal die Freien Wähler. Machen wir bei der Bayernwahl. Wir nehmen jetzt hier an der Stelle die FDP. Machen wir es doch mal damit. Weil das immer wieder ganz interessant ist, FDP und Grüne auch im direkten Vergleich zu sehen. Im ersten Bereich alles, wo alle Parteien gleich sind. Sehen wir jetzt hier. Zack, zack, zack. Abschiebungen beispielsweise. Sind sogar die Grünen dafür. Das ist ja höchst interessant. Schuldenbremse. Ebenfalls die Grünen wollen, dass die eingehalten wird. Damit habe ich ja nicht gerechnet. Habt ihr ja gerade auch gehört. Letztes Kita-Jahr und so weiter. Da Bürgergeld. Krass. Also die Grünen in Hessen sind offensichtlich interessant eingestellt. Aber jetzt gibt es nur noch teilweise Übereinstimmungen. Wahlen mit 16. Selbst die FDP möchte das. Darüber kann man denken, was man will. Abzug der Streitkräfte. Ist die AfD neutral eingestellt? Das ist ja auch interessant. Da hatte ich ja dafür gestimmt. Und das ist echt interessant, wie oft hier FDP und hier auch schon wieder Pflegegeld, hier wieder Familienbild, wie oft die FDP wirklich eins zu eins dafür ist wie die Grünen. Ja, nicht in jedem Punkt, keine Frage, das kann man nicht sagen, aber in einigen schon. Volksentscheide. Die FDP ist gegen die Senkung von Hürden für Volksentscheide. Ja, genau. Die freiheitsliebende Partei. Das ist schon wirklich krass. Das muss man sich mal reinziehen. Oder auch für die Veröffentlichung hier der Akten. Das sollte zu denken geben. Das sollte wirklich zu denken geben. Jetzt bin ich gespannt, was ihr davon haltet. Ihr könnt den Wahl-O-Mat natürlich auch mal machen und eure Prozentzahl und die jeweilige Partei an erster Stelle drin war. Gerne mal mit reinschreiben. Und das Ranking, wer schafft es, die Grünen auf den letzten Platz zu verweisen. Bei mir, wenn wir gerade noch mal reingucken und man jetzt mal von diesen kleineren Parteien wegdenkt, nur auf dem vorletzten Platz. Die Linke auf dem letzten Platz. Schade. Schade. Weil ich bei der Linken doch bei einigen Punkten immer wieder sage, ja, das ist berechtigt, das ist sinnvoll. Aber die wissen halt gerade selber nicht so ganz, wo sie hinwollen. Vielleicht schaffe ich es in Bayern, die Grünen auf den letzten Platz zu versetzen. In diesem Sinne, abonniert den Kanal gerne, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten und ciao.